Das klingt wie doch mal das Wochenende von manchem. Ja. Wieso? Kommen wir mal drauf an. Ja. Kommen wir mal auf die Zeiten an. Ich weiß. Kann passieren. Wie gesagt, es kommt immer auf die Uhrzeiten an. Nächste Woche fahre ich zum Beispiel ganz, ganz früh. Ja. 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 Ja, ja, genau. Alman Juri, Jigmecker. Ja, das sind... Manche anderen... Ja, die sind doch lustig, aber hier... Good-Bocky-Move auch. Aber das sind wahrscheinlich einfach, wie gesagt, diese vorgefertigten... Manche sind echt gut. Ich hab mal eine der Formel 1 Klinger, die ist Bratwurstrolle. Das erinnere ich mich noch. Ganz kaputt. Ja, kaputt gemacht. Noch fünf Sekunden. Pfff... 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 Ich glaub, der Echo, der steht da, ist ein bisschen auf K gerade. War das gerade einer von euch, der hier in die Richtung geschaffen hat? Okay. Male von euch, lasst die mal liegen, bitte. wenn das möglich ist desto die überlegen weil da kann ich die verhören wichtig alles gut wenn es geht wurde von da also kommt auch von da wahrscheinlich von da habe ich keine gestorben geradezu die ja mit einem schild ist noch ein kopf man hat könnte natürlich kommt darauf an wo bitte woran so ich wollte auch die durchstelle bekommen der paket geschickt aber viel süßkram ja ich habe ein paket bei mir war klar was drin ist deswegen aufgemacht das ist der bruder von peter pan gegner von denen ist eine von gegner von denen ist auf k oder einer von denen der smoke von denen ist auf k und 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 Ah, Hilfe. Das ist nicht wahr. Von der Forst. Die schießt auf Dauerfeuer auf den Fahrstuhl und hat mich dann. Ach, Mann. Jawohl. Neutralisiert, Eigner Druck erfolgreich. Ja. Ja. Ich liebe weiße Schokolade. Beste. Es gibt die geile Schokolade, die gibt es beim Aldi oder so oder beim Lidl oder sowas. Da gibt es die mit Kokosrasbrille, mit weißer Schokolade. Ich liebe die. Ja, das sind die günstig Dinge. Ich glaube, es ist Lidl. Die sind geile Dinge. Ja, ich mag sie beide. Ich liebe einfach weiße Schokolade allgemein. Du magst ja mit Schokolade, oder? Warum nicht? Fünf Sekunden bis Einsatz. Pff, nö. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. So, mal gucken. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Oh. Dankeschön. Äh, fast. Das waren jetzt mal ein paar meiner Lebenspunkte. Ja. Oh, warum? Von so einem Winkel? Ach, der streut rum und trifft eine Kugel auf den Kopf. Das war's. Damit sie jetzt. So. Ja. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. 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 Das ist wahrscheinlich auch der Gegner. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Was soll ich denn sagen? Ich treffe auch nichts mehr. Wir machen doch nur bis drei heute. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich gucke. Ich gucke jetzt mal nicht über den Aufzug. Zweimal sollte man reichen. Er hat auf mich geguckt. Da bin ich mir sicher. Ich bin zweimal noch böse weggeholt worden von dem Ding. Ja, das ist doch nicht wahr. Warte mal. Von unten um ein so ein Ding trifft sich da, ey. Ich sag ja, ich steppe heute auf demnissart und weise hintereinander weg. Ich sage schon mal. Ich schaffe jetzt auch nicht über die Frage. Dann habe ich einen Verbleiber. Ich stehe ein Verleibender Operator vom eigenen Trupp. Die eigenen Truppen neutralisiert. was wir machen das lustig über den typ und kriegen auf die fresse ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017